Herzlich Willkommen zur Tarte Anglers Tour 2015 hier am Lichtenstausee. Das war ein schöner Ticker. Das war ein schöner Ticker. Das war aber mal wirklich ein schöner Biss. Richtig wupp. Sehr gut, ja. Super. Perfekt. Dankeschön. Jawohl. Auch klein und gelb. Hans-Peter hat das Erfolgsrezept für heute herausgefunden. Tischgröße 41 und Retour. Ah, Biss. Haben. Jawohl. Schöner bleibt geheim. Bitteschön. Fein aber fein. Auf der Mining auch gleich. Wir stehen dort. Was? Wir stehen dort. Wir stehen dort. Wir stehen dort. 40. Was ist denn dort? Weiter geht's. Gute Entscheidung, das Spot. Was ist denn das für dumme Fisch denn da? Gell, schade. 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 Steckt gut unten. Keine Riese, aber so ein 50er dürfte es schon sein. Auf dem Lieblingsköder Scheriff diesmal in 10 cm. Ja, bockt richtig rein jetzt. Jetzt gehört es mir in eine Richtung, gell? Jawohl, danke. Perfekt. Der hat gute 50, würde ich sagen. Kurz Maß nehmen. Ja, das ist 55. Das ist unser bester bis jetzt. Sehr schön. Geil. Okay, ja, also wir rufen jetzt mal wieder bei den deutschen Kollegen an. Tagesmitte des zweiten Tages und sind schon gespannt, wie es denen ergangen ist. Ah, Telefon. Ich glaube, da will jemand wissen, wie viel wir gefangen haben. Schauen wir mal. Ja, wer ist es? Titel. Hallo Johannes, der Andreas spricht. Servus. Du, es ist Zeit für einen Zwischenstand vom zweiten Tag. Ja, okay. Wie läuft es denn bei euch? Ja, mäßig, kann ich sagen. Mäßig? Bei mir sehr mäßig, saumäßig. Beim Jochen einigermaßen besser, ne? Um einen Fisch. Okay. Habt ihr heute einen Fisch bislang, oder wie? Ja. Und wie groß ist der? 52 cm. 52, na immerhin. Euer größter bislang, oder? Ja, na immerhin, ja. Und selbst? Du, bei uns lief es eigentlich sehr gut. Wir waren zu Beginn... Sehr gut, ja. Wir waren zu Beginn gleich mal da wieder in diesem Waldstück. Und da war auch gerade wieder so eine Mondphase. Also da war wirklich... Ich glaube, ich muss mal schnell nachschauen. Wir haben es ja hier auf der Liste stehen. Um... Na, was haben wir da? Ist das Tag zwei? 10 Uhr. Von 10 Uhr 8 bis 11 Uhr 8 war so eine Mondphase. Und wir haben zwischen Viertel nach 10 und 11, 11 Uhr 5, sechs Fische gefangen. Nicht schlecht. Alles Zander. Alles Zander. Kein Barsch. Ja, sagenhaft. Und der Größte mit 55. Also... Ja, sagenhaft. Auch unser größter Fisch. Aber es war dann wirklich so Mondphase vorbei und seither vielleicht ein, zwei Anfasser, aber ganz, ganz schwach danach. Okay. Gut. Nicht schlecht. Und von den Farben her. Ja, Hans Peter hatte da seinen Geheimköder. Wie gestern. Ganz was Grelles, Kleines. Das gelbe Ding. Genau. Und ich habe er auf Motor Oil. Also... Okay. Sehr gut. Genau. Ja, du, dann können wir uns ja praktisch schon geschlagen geben. Na ja, ihr könnt jetzt einfach auch einen großen Zander fangen und dann ist alles wieder offen, würde ich sagen. Alles klar. Na gut. Dann schauen wir mal. Mhm. Ja. Alles klar. Super. Habt ihr gut gemacht. Respekt. Dankeschön. Alles Gute noch. Haut noch ein paar raus. Danke. Bis dann. Tschüss. Ciao. Servus. Ja, du, die machen was deutlich besser. Die hatten sechs Zander schon. Super. Und Größe? Innerhalb der größte 55. Okay. Alles innerhalb kürzester Zeit. Während so einer Mondphase. Respekt. Weiter geht's. Weiter geht's. Wir haben jetzt gerade eine Mittagspause von Tag 2 der Tough Angels Tour 2015. Und ich habe morgen noch einen Tag frei. Und so als Alternative zum Zander angeln würde ich gerne noch eine Runde Fliegen fischen. Und dazu kann ich hier, obwohl Sonntag ist, mit der Bissanzeiger App eine Tageskarte lösen. Hier habe ich mir auf mein iPhone downgeloadet. Ich werde jetzt ganz einfach nach dem Gewässer suchen. Das ist die Mühl. Sehen wir schon, ich möchte auf einer allgemeinen Strecke angeln. Wählen wir das hier aus. Sehe hier, okay. Tageskarte, 22 Euro, Normalpreis. Kaufen. Direkt in der App quasi bestätigen. Da kommt der Kontrolleur, scannt diesen Code ein und das war's. Ich trage auch hier meine Finger ein. Und fertig. Das ist Wahnsinn, bei einem 50 Meter Wurf zieht der 80 Meter Schnur von der Rollen quasi. Durch den Seitenwind. Viele Angler halten was davon, andere sagen es absoluter Schwachsinn. Wir haben jetzt von den vier, fünf Fischen, die wir gefangen haben, wo auch jeder Köder eigentlich eingeschmiert davon. Und deswegen, auch wenn es nur ein Aber, glaube ich, ist, werden wir es weiter machen und werden es weiter versuchen. Es ist einfach eine Paste, die was Fische kriegt und einfach den Köder einfach nur einen zusätzlichen Reizfaktor verleiht. Ich hänge da unten nicht ein Blei dran, sondern einfach einen Gummifisch. Ich habe da einen Doppelköder, unten einen Gummifisch in der schönen Farbe Ayu. Und oben drüber. No Action Shirt. In der schönen Farbe. Supergelb. Wenn das keine Fische bringt. Boah, unfolle Perüten. Und ich habe es geschafft, dass ich wieder am Arm eingehängt habe. Und ich probiere es jetzt durch einen einfachen Trick, dass ich ihn wieder löse. Also ich versuche nicht, den Köder über die Routen zu lösen, sondern dass ich die Hauptschnur selber in die Hand nehme und durch Zuppeln einfach schaue oder versuche, dass ich langsam einfach den Winkel verändert vom Chi-Kong und dass ich ihn eben raus katapultiere. Das ist die Variante, wo ich eben glaube, dass man die meisten Hänge wieder lösen kann. Shit, was war denn das jetzt? Ich weiß nicht, entweder haben wir jetzt in Bam eine Kurbel gekürzt oder es war ein Kontakt. Das ist ein Kapitaler 35er Zander. 35. Hervorragend. Ich rechne quasi sekündlich mit einem Einschlag. Und das sage ich nicht oft. Wie läuft es bei dir? Läuft nicht, aber kann ja noch laufen. Ich will mich halt nicht so kaputt machen. Zander! Bin ich! Und schön gehakt in der Lippe. Sehr gut! Wow! Petri, Alter! Da hat das Doppelsystem zugeschlagen. Im Nachhinein wird sich herausstellen, ob es legal ist oder nicht. Toller Fisch! Ich finde die Wanne immer ein bisschen feucht machen. Auch voll nett. Voll nett für den Fisch. So! Satte 42 cm. Satte 42 cm. Thunder Power pur! Nicht schlecht! Und hat der Papa gesagt, lass mal noch einen Meter weiter. Ach, der Vati war es wieder, Mensch! Hätten wir einen Vati nicht an Bord, du! Alles geil! So, jetzt muss ich das eintragen in unsere ominöse Liste. Stark! Und wie ist da draufgebrechen? Wirklich toll! Wirklich gut? Ja! Guss! Vielen Dank, das war mir ein Pulli. Prost! Prost auf den Kameraleuten. Stehen drei Schweine auf einer Brücke. Springt das erste, tot. Springt das zweite, auch tot. Springt das dritte, lebt. Geht wieder hoch, springt, tot. Hans-Peter hat ja deutlich mehr gefangen als ich mit seinen Kopytus. Aber ich habe auch, wie gesagt, Lieblingsköder mit dem Holo. Heute war es auf gut österreichische reine Masen. Reines Glück. Wenn man den einen Spot, wenn ihr den gehabt hättet, dann wäre es genau umgekehrt ausgegangen. So, zwei Tage Tough-Englers-Tour 2015 sind vorbei. Wir hatten harte Bedingungen, viel Wind, viel Regen, aber auch viel Spaß. Und wir werden jetzt noch kurz die Ergebnisse präsentieren. Ihr hattet gestern drei Fische mit 41, 50 und 35 cm. Heute zwei Fische mit 52 und 42 cm. Das ist der Hammer, ja. Wir hatten gestern vier Fische. 50, 47, 50 und 52. Und heute, wobei da war sehr viel Glück dabei, muss ich ganz ehrlich sagen, hatten wir sieben Fische. Wir hatten eigentlich sehr viel Glück, ne? Klar, wir hatten sehr viel Glück. Sieben Fische, alle rund um die 40, 50 und einen eben mit 55. Das war auch der größte Fisch der Tour. Und ja, somit haben wir sowohl die meisten als auch den knapp größten Zander gefangen. Sind natürlich sehr froh darüber, aber andererseits hätte es grundsätzlich ein bisschen mehr sein können. Ich glaube insgesamt, sowohl was die Masse angeht, als auch die Klasse. Die Klasse ist noch Luft nach oben, aber es wird ja wahrscheinlich nicht die letzte Session gewesen sein. Ich hoffe. Wir sehen uns wieder. Es wird ein Rückspiel geben, Leute. In diesem Sinne, herzlichen Dank. Es war mir ein Volksfest. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch, habt ihr gut gemacht. Glückwunsch, sehr gut geangelt unter den Bedingungen. Klasse. Ich glaube, jetzt haben wir uns ein kaltes Bootweiser verdient. Was sagt ihr? Ich glaube auch. Okay, vielen Dank. Auf Wiedersehen. k Fahrenheit. Aber wenn konkret... Ich building raus. Ich bin 14. Ich bin 15. Ich gern das Bootchen. Eins, ich bin einen Raum, immer man Vadin. Ich bin in maximizeilie von Ruец und Rubert Izcie. Untertitelung des ZDF, 2020